Meine Mama zeichnet unseren Sohn, also ihr Enkelkind. Ich habe ihr Stifte und Papier hingelegt und ich bin echt total nervös und neugierig, wie sie das meistern wird, weil meine Omi ist ja Künstlerin und ihr sagt ja auch immer, dass ich gut zeichnen kann. Und mal gucken, ob meine Mama unseren Sohn auch gut zeichnen kann. Ich habe ihr Kaffee dahingestellt und am Anfang mussten wir echt viel lachen, weil es sah echt lustig aus, die Zeichnung. Meine Mama war früher richtig gut als Künstlerin. Kann man sowas verlernen? Ich glaube nicht. Meine Mama hat dann auf einmal gemerkt, dass es alles nicht so sein sollte und hat alles wegradiert. Und ich dachte mir nur so, okay, das dauert jetzt noch ein bisschen. Dann hat sie weiter gemalt und gezeichnet. Dann wurde ich irgendwie total sentimental, weil meine Mama eigentlich so viele Talente hat und die irgendwie nie gefördert wurden. Damals war es halt wichtig, dass man eine Ausbildung macht, studiert und einen sicheren Job hat. Finde aber, das sollte, oder ich bin froh, dass es in dieser Generation nicht mehr so ist und man leben darf, wie man möchte. Meine Mama wäre auf jeden Fall eine gute Künstlerin geworden und ich finde, sie hat das total süß gemacht. Auch wenn sie es nicht gelernt hat. Auch wenn sie es nicht gelernt hat.